ein wunderschönen da bin ich schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen video und ich möchte euch in diesem video ist ein bisschen viel angekommen also es kam erst ein paket weil das eine nicht ankam dann kam das andere paket aber doch also habe ich ein bisschen mehr also nicht wundern dass es so viel ist also wie gesagt ein paket dann hatte ich ein video zugemacht kam auch gut dass in dem umblick wo ich das video bearbeitet habe kam also zwei tage später kam der nächste paket weil das video defekt war weil irgendwie hat es mit dem zoom nicht funktioniert warum auch immer ich kontrolliere jetzt hier schon immer aber auf dem kleinen bildschirm siehst du das manchmal halt schlecht ob da sieht gut aus und dann sieht es im endeffekt scheiße aus so worum soll es gehen um basischuhe die wollen wir uns jetzt gleich mal angucken ich habe jetzt hier verschiedene größen also eigentlich sollte nur einmal für mich denn der hersteller hat mich angefragt deswegen steht ja auch in bewerbung ob ich darüber videos machen wollen würde und euch die mal präsentieren würde aber dann habe ich gesagt na klar spar ich mir jeld für meine neuen badeschuhe oder beziehungsweise genau aus meinem haushalt und dann braucht man nur anstatt vier paar drei paar kaufen jetzt kam aber für eigentlich fast für alle passend an also einmal 44 45 kam hier an die war fangen wir größer an 46 47 45 45 also 44 45 39 38 38 38 so 24 25 und 30 30 31 also haben wir praktisch für die kleine wird mit bei für die kleine soja für nächstes jahr noch vorbei wobei die die 24 25 selbst auch noch ein stück zu groß ist also dass hinten noch etwa so viel spielraum bei ihr und die hat eigentlich die größe 28 da ist aber hinten bei ihr noch so viel spielraum aber er sitzt wirklich gut also geht jetzt schräg hoch ist gut am fuß sie rutscht nicht runter also halten wir für die nächsten zwei jahre oder drei jahre haben wir dann auf jeden fall schon mal badeschuhe das ist schon mal positiv die 38 39 sollte josie anprobieren hat sie noch nicht gemacht die ist heute auch nicht da die ist zeit im survival camp heute an die heute haben sie sich alle getroffen irgendwie bogenschießen oder so keine ahnung dann habe ich noch die 44 45 und die 46 47 die etwa so ja fast gleich ausfallen würde ich sagen also minimale unterschiede das muss frauche mal anprobieren vielleicht verhindern wir auch ein bisschen kleiner aus also für frauche müssen wir dann wahrscheinlich kaufen aber nichtsdestotrotz werde ich euch die erstmal zeigen und die haben auch noch ein schönes feature was ich euch unbedingt zeigen will deswegen habe ich hier ein bisschen was vorbereitet aber wir müssen dafür erstmal die unboxing ansicht so jetzt sind wir auch in der unboxing ansicht ich gucke gerade ja so sollte eigentlich okay sein ich hoffe es wir haben einmal hier ein kleines modell immer ein großes modell das kleine werde ich euch gleich zeigen warum aber ich will euch erstmal an den großen modell was zeigen weil da macht sich das halt am besten das sind die die haben auch ein farbwechsel modus den weg euch anhand des kleinen modells gleich zeigen wir haben hier halt hier eine schöne lasche zum aufhängen zum trocknen koffer das seht ihr ja da können wir sein aufhängen trocknen hinten schön rüber ziehen die sohle ist wirklich biegsam ja hier kommt man also wirklich ohne probleme soll rutschfest sein macht den eindruck aber ich selber konnte es noch nicht testen aber die sohle sieht schon mal sehr gut aus mit dem sternchen hier diese lang gehen hier unten steht dann auch noch mal 46 47 die größe hier haben wir dann noch mal so extra für die zehen vielleicht dass da dann vielleicht noch mal mehr wo mehr druck ausübt wird noch ein bisschen mehr stoppen kann also hier am großen zeh und müsste man gucken wie sich denn im endeffekt schlägt alles ist sehr gut verarbeitet weich wirklich schön weich wir haben hier um die ganze naht rum keine scharfen eckenkanten irgendwie wird wird raussticht oder irgendwie dass die stoffe wie hartes oder sonst irgendwas dergleichen also braucht da keine angst haben wir nehmen jetzt mal einfach hier raus ich nehme also die sohle nehme ich jetzt einfach mal raus die zeige ich euch gleich ich will euch einfach nur mal den kompletten schuh einmal komplett umdrehen wir haben hier die sohle mit beatmungslöchern also geht das wasser schön durch trocknet auch schnell auch hier schön weich keine scharfen ecken alles sehr angenehm und die sohle weil ihr sagt jetzt ist eine gummi sohle wie hält denn die sohle daran jetzt wie kann denn die hier so schön ich versuche gerade zu reißen ich mache mir ganz minimal damit damit hier von den dienst nicht runter geht sieht aber schlecht und dann seht ihr das ist hier jetzt ganz schön raus zwar haben wir hier ich hoffe das kann man vernünftig erkennen versuchen wir noch mal zu suchen jetzt könnt ihr erkennen das sind so kleine spitzen und die haben wir hier halt auch nochmal und wenn man den schuh uns jetzt komplett angucken dann haben wir praktisch hier einmal einen ovalen kreis mit diesen spitzen und hier einmal einen ovalen kreis mit diesen spitzen also da wo praktisch die meiste kraft ausgesetzt wird auf dem hacken und beim abrollen ist ja beim abrollen ist ja nicht so viel kraft aber hier vorne beim ballen ist ja auch noch mal kraft drauf hier sind wieder die zehen und dadurch sitze praktisch beim ballen gut und beim abrollen also wenn das jetzt die zehne also fuß also hier hat man ja immer die kraft drauf beim abrollen und dadurch verschiebt sich das nicht könnt ihr auch ohne probleme in die waschmaschine schmeißen ich werde euch die auch verlinken natürlich in der video beschreibung macht sich am besten für sehen deswegen will meine frau ja unbedingt badeschuhe haben weil wir waren fuß ja am see und das war hier ganz schön glitschig an der stelle wo halt nicht so viele baden gehen und da war so glitschig sie sind drin und das war ja nicht ihr fall hat mir aber auch persönlich hat es mir persönlich aber auch nicht so gut gefallen ich habe es halt auch nur gemacht wegen der kleinen weil die spaß daran hatte die wollte baden am see ja da sind wir halt hingefahren und bei den anderen stellen da am see da waren überall welche mit hunden und haben die hunde dann mit drin ins wasser genommen und das waren halt große hunde meine frau hat angst vor großen hunden die hatte halt schlechte erfahrung gemacht ja so und schon wieder ist alles perfekt drin ja und das war ja dann auch zu laut und zu voll und hast nicht gesehen und deswegen haben wir gesagt nein dann gehen wir an der seite irgendwo ein stück weiter ein stück was ruhiger ist so die sind auch gut verpackt in so einer tüte und die oma dann auch noch mal sehen für schwimmen tauchen ruderboot in der dusche also ihr könnt ihr auch zum beispiel eine therme anziehen oder so oder im schwimmbad um nicht weg zu rutschen und natürlich wenn ihr dann da duschen wollt und so um den fußbild zu vermeiden noch ein grund dafür beim autowaschen und im garten mit dem gießen natürlich also für den sommer also leichte sommerschuhe für den garten und so dass man sich nicht eintritt aber trotzdem bequem und leicht laufen kann jetzt haben wir natürlich hier noch ein paar kleine voll süß oder also ich finde die voll süß und hier vorne müsste habe ich ganz vergessen hier ist auch doppelt übergenäht also hier bei den großen jetzt nicht so da seht ihr das geht komplett rum das sind extra nämlich nochmal die kleinen und mit den kleinen ist es halt so dass wir hier nochmal extra so ein stück rumgenäht haben damit sie dann noch ein bisschen mehr halt haben und ein bisschen mehr schutz das ist dann halt ähm praktisch doppelt als kleinen aufbaustschutz wenn sie irgendwo entgegentreten oder was weiß ich ja also das ist jetzt praktisch der doppelte stoff was hier eigentlich wäre so aber auch hier könnt ihr natürlich die sohle komplett rausnehmen wenn ihr das wollt ja äh auch hier aber das wollen wir jetzt nicht so hier unten auch nochmal mit den ganzen sternen auch rutschfest aber auch das wollen wir uns jetzt nicht angucken ich habe mir extra mal hier so eine tupper geholt von mir und da gießen wir jetzt mal einen schluck wasser rein hoppala oder ruhig auch ein bisschen mehr wasser rein also nicht mehr wasser sondern wasser wasser aber halt ein bisschen mehr als wir eben drin hatten so und jetzt haben wir hier wasser drin wie ihr seht auch wieder voll geplimpert hier so und jetzt nehmen wir den schuh und die machen wir einfach mal in wasser so ich guck mal so dass wir das halt vernünftig drauf kriegen wenn man sicherheitshalber nochmal autofokus so und jetzt lege ich die hier jetzt mal rein und jetzt müsst ihr hier zum beispiel beim mond da könnt ihr das ganz gut sehen hier sieht das eigentlich ganz gut beim mond oder beim stern auch so wir haben einen farbwechsel dran der mond ist nicht mehr weiß der es jetzt gäbe so ich kann euch das mal zeigen so der ist ja manchmal mit den jetzt hin wartet mal ich mach das jetzt einfach ich lass den nicht hier drin weil das ist ja nass ich mach das mal ein stück weit davor und leg das mal hier oben hin damit ihr das so ein bisschen sehen könnt so und jetzt hole ich mal den anderen nochmal jetzt müsst ihr gucken hier weiß 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 weißer stern auch hier bin ich jetzt gerade herangekommen mit meinen nassen fingern weiß gelber mond hier das ist zum beispiel der komet der ist bunt um euch das zu zeigen ich nehme jetzt einfach mal nur ein finger streich mal hier so drüber ohne den jetzt nass zu machen und da seht ihr bunt so auch mond jetzt hier mal den mond und schon wird der mond gelb oder auch ein stern und mit den anderen gerne nochmal mit dazu dann könnt ihr sehen wie die im gegensatz zu dem der ist weiß die sind gelb so die sind noch weiß jetzt machen wir einfach alles rein hier wieder hier seht ihr dann da auch zum beispiel farbig so und schon haben wir anstatt weiße sterne gelbe sterne die werden natürlich auch die bleiben nicht gelb die werden sobald es trocken ist werden die wieder weiß und ist auch nicht alles weiß wenn ihr auf den mond guckt einzelne krater die sind weiterhin weiß also die bleiben weiß und hier die punkte sind jetzt weiß aber hier haben wir zum beispiel bunt und hier haben wir aufbundet und wenn die jetzt trocken sind die schuhe dann wären die wieder weiß die sterne und der mond natürlich auch und das bunte wird dann auch nicht mehr bunt wird dann auch wieder weiß so jetzt können wir die da hinstellen jetzt habe ich mich mystisch gemacht schwimmt hier muss ich gleich erstmal sauber machen also allen und allen schöne schuhe und mit dem gimmick mit dem farbe farbe färben finde ich gar nicht mal so schlecht dann siehst du halt wenn die schuhe von der clean wieder trocken sind wenn du sie jetzt aussiehst damit sie halt trockene füße hat wenn man dann am strand sitzen und wenn sie guckst du brauchst nur ruf gucken ach jetzt sind sie wieder weiß kannst du wieder anziehen hast du trockene schuhe an das passt dann eigentlich ganz gut so eigentlich soll es jetzt soweit auch dazu gewesen sein ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen eine kleine freude machen ich habe jetzt hier alles eingesaut es schwimmt jetzt hier alles ich habe ein bisschen aber naja nichtsdestotrotz was sein muss das muss sein ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wenn ihr noch fragen dazu habt einfach in die kommentare posten ich werde ich habe auch schon mit dem mit den großen hier mit den 45ern also nicht mit den 46ern habe ich auch schon versucht anti rutsch zu machen habe meine fliesen im badezimmer nass gemacht und habe die dinger angezogen aber meine fliesen im badezimmer die sind sowieso teilweise ein bisschen rau also die sind älter und die wurden nicht neu gemacht weil ich hier eingezogen bin leider und da war das jetzt nicht zu ermitteln ob das jetzt richtig an den schuhen liegt oder an den fliesen daher kann ich dazu jetzt nichts sagen aber wir werden das auf jeden fall im freibad therme unterm strand alles testen und wenn wir sie jetzt eine weile benutzt haben jetzt können wir noch nicht bahn nehmen weil wir eine grippe haben also schnupfen noch haben und frauchen sagt nein erst wenn die kläne gesund ist sonst kommt das zu schnell wieder aber sobald wir dann wieder mal bahn waren werde ich auf jeden fall nochmal ein video dazu machen und euch berichten wie sich die schuhe im familienverband geschlagen haben wer zufrieden ist wer nicht zufrieden ist ob es allen gefallen hat ob es nicht gefallen hat was für vor oder nachteile die haben bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden Ahoi das hat euer Odin